Yo, 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 meine lieben Zock-Freunde! Splinter Cell! Mit dem Don Snoop! Du darfst es doch mal machen. Warum? Ich habe es nicht aufgenommen. Ja, ist egal. Jetzt! Yo, yo, Leute! Mit Zock-Session und meiner Wenigkeit! Multiplayer! Von Splinter Cell Blacklist, bitch! Oh mein Gott, wie lange das her ist. Ey, wir sind Wächter, gell? Wir sind Wächter. Als das Spiel draußen ist, als das Spiel rauskam, habe ich es nur einmal gespielt. Also, nicht wundern, wenn ich hier komplett Noobig bin, darum... Ich weiß nicht mehr, wie man die Mien legt. Was fragst du mich, Alter, Mann? Ja, okay, dann geh mal zu B. Ich bin bei A gerade. Guck mal, ob bei B irgendwas los ist. Was bist denn du überhaupt? Auch ein Soldat. Ja, wir müssen bewachen. Wir spielen zusammen, vergessen. Ah, stimmt. Also, ich sehe keinen. Bis jetzt. Ich höre... Ich höre einen... Ich höre einen rumrennen. Dann such ihn. Ich glaube, der ist... Der ist auf dem Weg zu zäh, glaube ich. Such ihn! Wo ist der Penner? Ja, irgendwie wollen die nicht zecken, hä? Scheiße, ich habe ihn! Ich habe ihn! Sichtkontakt! Schieß ihn ab! Hey, verdammt! Ich wurde von oben erwischt! Der hat gelauert, der Penner! Verdammt! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Wir sind bei C! Beide! B wird gehackt! Wir müssen den Feind stoppen! Bin auf dem Weg! Bin auf dem Weg! Pass auf! Sie verpissen sich! Sie verpissen sich! Ja, wenn sie sich verpissen, dann hackt es nicht weiter! Man kann nicht jetzt respawnen. Spawn bestätigen. Okay. Schnelle, komm, Alter! Wir müssen die finden! Die verstecken sich irgendwo. Du musst die jetzt finden. Verdammt! Da steckt der! Wir müssen sie einfach nur töten, oder? Ja, ja. Schneller! Nein, du Wichser! Der hat irgendwie... Alter! Cool bleiben, cool bleiben! Ich sehe deine Leiche. Ich habe ihn gesehen. Dammit! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo hat er sich hinverkrochen? Nein! Ah, der Drecksack! Er hat mich auch... Ah, so ein Mist. Ja, die gewinnen, die kriegen den Punkt. Pass auf! Der ist ganz schön gewieft, hey. Leck mich am Arsch. Richtig gut. Gut, das war sogar der Haupt-Hacker. Jetzt musst du aufpassen. Da! Töte den anderen! Hey, da wächst er! Da ist er irgendwo. Irgendwo ist er. Ist er oben? Er hat sich gerade hier verpisst. Zehn! Laul! Macht sie kalt! Alles klar. Puh! Na ja, ja. Freu dich nicht zu früh. Wir müssen nachher auch hacken. Vorsicht! Vorsicht! Er ist hoch! Er ist hoch! Er ist hoch! Ja, ja. Ist ein bisschen träge hier, das Ballern. Wo steckt der? Bleib du unten. Ich guck hier oben. Hä? Ich seh ihn nicht. C ist sicher, Zocke. Glaub mir. Ja, der hat sich verpisst. Der ist bestimmt nicht mehr bei C. C ist sicher. Ich hab bei C eine Mine gelegt. Lass mal weiter gucken. Ich lauf zu B, du lauf zu A. Das scheint voll gemein. Die können halt immer von oben kommen, weißt? Verdammt, der hat sich A geholt. Los! Auf zu A. Ich höre sie. Du hörst mich. Ah, okay. Cool bleiben. Die können jetzt irgendwo oben sein. Pass auf, wir sind Rohre, gell? Ja, ja, hier ist alles. Da musst du echt aufpassen. Leuchte überall hin. Verdammt. Da stecken die Hunde. Ich geh runter. Ich bin auch, ich bin auch unten. Ah, das ist keine gute Idee. Ich geh wieder hoch. Hack bei 50%. Erlös den Druck. Das kann doch nicht sein. Wo versteckt er sich? Lauf rum. Nicht stehen bleiben. Ich lauf doch schon. Verdammt. Den kriegen sie. Hab ihn. Schläfchen. Gut, gut. Hack wurde unterbunden. Der zweite muss hier bestimmt auch noch sein. Wie wirft man Mine? Nochmal F? Der STRG. Ach, STRG. Stimmt. Oh Gott, ist das lang. Jawohl. Alle Terminal sind aufgeschützt. Haltet nach Agentenausschau. Ich leg ne Mine hier. Hab den zweiten. Alles klar, los geht's. Los, los, los. Einde Fichser, wir machen sie platt. Hahaha. Bah. Cool bleiben, cool bleiben. Wach und Snoop ist unterwegs. Übrigens, wir nehmen beide auf. Also ihr könnt aus beiden Perspektiven das LP betrachten. Einmal aus meiner Perspektive und einmal aus Zockis Perspektive. Äh, aus Snoop's Perspektive. Ja. Einmal aus meiner und aus Zockis Perspektive. Ja, jetzt sind meine Wiener reingerannt. Hahaha. 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 Gut gemacht. Ich weiß aber nicht welche das war. Ob es jetzt A oder C war. Ich meine, wir liegen liegen bei A und C. Ja, jetzt ist es keine mehr. Du kannst aber hier, du hast noch so ein Paket, ne? Ich weiß nur gerade, wie man wechselt. Hm, Granaten haben wir auch. Mit der mittleren Maus, da schmeißt du Granaten. Ja, aber wie wechselt man? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Wo, wo? Er rennt zu. Wohin? Brauch Anweisung. Da ist er. Du Wichser, hat mich betäubt. Nein. Ja. Ja, hab ihn. Hahaha. Alter, schrei doch nicht so. Hahaha. Shit, Mann, echt. Hey, leuchte mir nicht ins Gesicht. Ja, willst du mal dir auch gerade sagen. Geh mal zu C, komm. Auf F kannst du Taschenlampe ausmachen, um sie zu überraschen, gell? Äh, wo renn ich denn hin? Ich lauf mal zu A, ne? Bei A sind sie. Komm zu mir. Okay, dann war's der. Dann ist die A hochgegangen. Bei C legt sie noch, meine Mine. Shit. Mist. Ah, scheiße. Mist. Hat er dich runtergezogen? Ja. Schnell, Alter, der hängt da. Wo hängt der? Ich seh ihn. Er ist gerade am Computer vorbeigelaufen. Äh, jetzt ist er weg. Ich kann ihn nämlich durch die Kameras sehen. Die machen die Kameras nicht aus, die Steppen. Ich komme. Eile dich. Er ist direkt vor mir. Ich seh auch noch ein Radar. Töte ihn, Mann. Ich seh ihn nicht mehr. Die haben es fast geschafft. Mach ihn fertig. Die sind nämlich unten. Die hängen irgendwo hier unten rum. Ah, der hat mich betäubt. Er hat mich betäubt. Komm runter und töte ihn. Wo ist er? Keine Ahnung. Er versteckt sich irgendwo wieder. Shit. Direkt vor uns. Der ist oben. Geh hoch. Geh hoch, geh hoch. Der macht extremen Lärm. Ich warte hier unten. Versuche ihn abzufangen. Und läuft die Zeit für diesen Heck davon. Wo ist der da? Hass ihn, Hass ihn. Verdammt. Eins können wir verkraften. Scheiße. Wir haben den Terminal gekriegt. Es war einer nur. Zugriff auf Datenterminen. Ist er alleine, oder? Der Platz ist in unserem Einsatzgebiet. Der andere Kollege macht gar nichts. Noch eine Minute auf der Uhr. Egal, ein Terminal ist nicht wichtig. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Wir müssen uns nur gut verstecken. Lass mich hacken. Terminal B wird angegriffen. Zurück, 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 zurück. Ich dachte, du wärst auf dem Weg zu B. Nein, ich weinte dir. Zehn. Verdammt. Der hängt da oben. Nein. Versuch zu flüchten. Der hängt gleich nicht mehr da oben. Ja, er ist weg. Keine Ahnung, wo er ist. Verdammt. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Wir haben ihn auch. Sehr schön. Boah, Alter. Nein, das ist klasse. Woo. Nice. Heck ist bloß gestoppt, aber. Ja, ja. Aber das schaffen die nicht mehr. Das weiß ich zu verhindern. Jawoll. Sehr nice. Okay, wir müssen auf jeden Fall mehr Prozent als die schaffen. Junge, die sind ja Level 11. Ja, gut, der andere ist Level 1. Sehr schön. Ja, stimmt, stimmt. Gut. Klassischer Spion. Gibt keinen anderen. Okay. Oh Gott. Sind und hackt die Terminals im Einsatzgebiet. Anwendung tödlicher Gewalt genehmigt. Gehen wir zu A, oder? Ach, gehen wir einfach mal hier durch. Sind nur zwei. Renn nicht. Renn nicht. Nicht rennen. Die können dich sonst hören, so wie wir sie gehört haben. Dann macht es piep, 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 piep. Du hackst, oder? Ja. Versteck dich irgendwo und lass dich nicht sehen. Und vielleicht kannst du ihn... Hä? Warum hackt der nicht? Jetzt. Alles klar. Bin am hacken. Du kannst ihn betäuben und dann kannst du ihn umlegen. Pass aber auf. Ich sehe sie nicht. Von wo könnten sie kommen? Ah. Ich sehe den ersten schon. Ja. Verdammt, ich wollte ihn gerade umlegen. Scheiße! Boah! Er hat mich beinahe erwischt. Leider nur beinahe. Der Sack. Lenk ihn irgendwie ab. Die Hälfte habt ihr geschafft. Weiter. Ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn betäubt. Ah, der schmeißt viele Nades. Er schmeißt viele Nades. Ha! Ciao, Junge! Ach, schade. Ich wollte ihn erledigen. Na, egal. Wo ist denn der andere? Spielt der nicht mit ihm? Ach, da kommt er ja. Firewalls fast durchbrochen. Verbindung aufrechthalten. Da ist der andere. Kannst du ihn gleich nochmal töten. Ich bin da nicht mehr. Der löscht da hin, weil er glaubt, dass ich noch da bin. Jawohl. Weg hier. Weg hier, Zocki. Los. Nein! Na, egal. Begib dich irgendwo hin. Sie können jetzt gehackt werden. Komm schon. Ich muss warten. Begib dich irgendwo hin. Sag mir wo. Ich würde mal sagen, C. Alles klar. Ich bin in der Nähe von C. Ich trau mich noch nicht so ganz rüber, weil ich ganz genau weiß, dass er hier ist. Ist er da? Okay. Ich komme durch den Schacht. Pass auf, ob du irgendwo ein Bieb, Bieb hörst. Scheiße, der kommt. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Weg hier. Seine eigene Mine hat ihn getötet. Alles klar. Mine ist gelebt. Äh, ich mein Ding. Ich bin am Hecken. Okay, bin da. Du siehst mich, oder? Ja. Bin im Schacht. Ja, im Schacht. Äh, Ding. Wenn ich ins Schacht gehe, dann... Du musst rauskommen. Du musst mich unterstützen, Alter. Scheiße. 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 Geh weg. Nein. Was für geh weg. Scheiße. Hast du ihn betäubt? Nein. Betäub ihn und hack weiter. Ich komm so schnell ich kann. Du musst dich beeilen. Sonst ist der Heck gleich futsch. Ungeschützte Terminals im Einsatzgebiet. An die Arbeit. Verdammt, verdammt. Oha, Alter. Da liegt ne Mine, Mann. Ah. Egal, scheiß drauf. Ich geh zu B. Ah. Die sind mir voll auf den Fersen gewesen, die Hunde. Jetzt sind sie beide, glaub, wieder am Start. Ja, ja, klar. Das war scheiße, Mann. Ohne Witz. Ich hätte da deine Hilfe gebraucht. Was soll ich machen? Naja, ist egal. Wo geh mal hin? B, C. Äh, ich kann jetzt warten. Äh. Mir egal, Sack. Du bist ja schon fast bei B. Mach mal die. Warte, da ist ne Mine. Deaktiviert. Deaktiviert. Scheiße. Der kommt. Ich kann's nicht hacken. Der ist nämlich da und er hat die Taschenlampe aus. Die sind nicht dunkel, Jungs, ja? Nein, absolut nicht. Ja, ja. Okay, Hacke. Gehackt. Bring dich in Sicherheit. Ach, Scheiße. Der Nate, der Nate, der Nate. Hab's bemerkt. Die sind hinter mir herzog. Die denken, dass ich der Hacker bin. Gut. Das ist schon mal richtig gut. Okay, er hat mich, er hat mich, er hat mich verfehlt. Ja, komm nur her. Ist auf meiner Seite. Ciao. Erledigt. Der nächste kommt. Verzweil dich. Wow. Hab ihn. Sehr schön. Ich glaub, der Punkt gehört uns. Sehr schön, Alter. Sehr, sehr schön. Gutes Team, Alter. Gutes Team. Da ist er. Aufpassen. Shit. Die sind beide da. Und sie haben mich gewittert. Scheiße. Nein, nein. Okay. Ich bin in der Petrouille, glaub ich. Ja, ja, warte. Bleib cool, bleib cool. Jetzt schnapp dir den ein. Die haben sich getrennt. Egal, bleib cool. Weiter, die Daten sind so gut wie geknackt. Schnell, weg. Gut, gut. Alter, wie geil. War der Mixer hier erstes. Geil. Kurz fertig gemacht. Ja. Geil. Zu göttlich, Alter. Zu göttlich. Das war echt ein geiles Match. Das war echt ein hoheseseseseseses. Das war echt ein bisschen. Wunderschwam. Und du neural noch schauen.